Die Opfer wollen ernst genommen werden, sie wollen gehört werden und es ist wichtig, dass ihnen geglaubt wird. Und wir vom Weißen Ring ermitteln nicht, das muss die Polizei machen und die Staatsanwaltschaft, aber wir ermitteln nicht, wir glauben dem Betroffenen. Heute sprechen wir mal wieder über ein ernsteres Thema, wir sprechen über den Weißen Ring e.V., ein Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Kriminalitätsopfern zu helfen. Genauer gesagt sprechen wir mit Ehrenamtlichen der Außenstelle Diepholz. Rund 400 Außenstellen hat der Verein bundesweit. Ja, und dieses Thema passt auch zum heutigen Tag, denn heute am 22. März ist der Tag der Kriminalitätsopfer. So ist es, aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Leslie Schmidt und ich bin Hagen Wolf. Der Tag der Kriminalitätsopfer, der wurde 1991 vom Weißen Ring e.V. ins Leben gerufen und dieser Tag soll eben auf die Betroffenen von Straftaten aufmerksam machen. Anlass für uns heute über die Arbeit des Weißen Rings zu sprechen. In den 400 Außenstellen des Vereins arbeiten bundesweit ehrenamtlich rund 2700 Opferhelferinnen und Opferhelfer. Und zwei davon haben wir uns für diese Folge ins Podcaststudio eingeladen. Genau, Jutta und Werner Keding engagieren sich seit über 20 Jahren im Verein und Werner Keding ist sogar der Leiter der Außenstelle Diepholz. Ich wollte zunächst von Ihnen wissen, was der Weiße Ring den Kriminalitätsopfern für Hilfen anbietet. Wir helfen in unterschiedlichen Ausprägungen. Und zwar fängt es mit dem niederschwelligsten Angebot an. Wir hören zu, wir erklären und wir leiten in unserer Lotsenfunktion die Menschen dann weiter. Aber das Wichtigste ganz zu Anfang ist das Zuhören. Ist das dann, wenn sich die Leute an Sie wenden, Sie sagen, das ist das Wichtigste, weil die Leute dann das Gefühl haben, sie werden mal gehört? Weil sie zum Beispiel auch, das ist ja auch gerade bei Kriminalitätsopfern ein anstrengender Prozess, sich mit der Polizei und mit der Tat und mit der Justiz auseinanderzusetzen. Einfach dieses Gefühl, dass ihnen zugehört wird? Ja, das ist das Wichtigste überhaupt. Opfer wollen ernst genommen werden. Sie wollen gehört werden. Und es ist wichtig, dass ihnen geglaubt wird. Und wir vom Weißen Ring ermitteln nicht. Das muss die Polizei machen und die Staatsanwaltschaft. Aber wir ermitteln nicht. Wir glauben den Betroffenen. Okay. Und von welcher Form von Kriminalität sprechen wir da? Wir sprechen ja von Kriminalitätsopfern. Gilt da jegliche Form von Kriminalität? Ja, jegliche Art von Kriminalität. Das geht beim Handtaschendiebstahl los und endet also auch beim Mord- und Totschlag. Jetzt haben Sie ja gesagt, das Erste ist natürlich das Zuhören und den Opfern zu glauben. Aber wenn ich jetzt Opfer einer Straftat werde, was bietet der Weiße Ring dann alles für mich an? Also in dem ersten Gespräch mit den Betroffenen loten wir auch aus, welche Hilfen die Menschen brauchen. Ganz wichtig ist es, dass sich die Betroffenen ihrer rechtlichen Möglichkeiten bewusst werden. Dafür haben wir einen Rechtsberatungscheck. Da können die Betroffenen zu einem Rechtsanwalt ihrer Wahl nach Rücksprache mit uns den Rechtsanwalt aufsuchen und aussuchen und sich umfassend, nicht nur im Strafrecht, sondern auch im privatrechtlichen Bereich beraten lassen. Dann entwickelt sich das oftmals so, dass wir bemerken, dass die Person professionelle Hilfe braucht. In Form eines Psychologen, Therapeuten und so weiter. Und auch da haben wir einen Beratungscheck für eine Erstberatung. Einfach um den Menschen auch den Schritt zu einem Psychologen erst einmal leichter zu machen. Probleme gibt es allerdings dann bei den Therapeuten, bei den Psychologen. Die Wartezeiten sind sehr lang und auch wir haben nicht immer den großen Einfluss auf diese Leute. Und dann muss man Wartezeiten in Anspruch nehmen. Bei frischen, schweren Straftaten gibt es aber mittlerweile auch die Traumaambulanzen, zu denen die Personen gehen können. Okay, also da ist wieder diese Funktion von Ihnen als Opferhelfer, als Berater, als Lotse und die Leute weiterzuleiten an die Hilfen, die Sie dann brauchen, die Professionellen. Genau. Wir sind keine Anwälte, wir sind keine Psychologen. Wir sind hochqualifizierte Amateure mit einem gerütteltem Maß an Lebenserfahrung und Einfühlungsvermögen gehört ebenfalls dazu. Wir haben auch die Möglichkeiten, eine Soforthilfe zu geben für tatbedingte Notlagen, die überbrückt werden müssen. Da können wir bis zu 300 Euro einmalig pro Fall auszahlen. Und ja, das ist in manchen Fällen schon nicht nur der Tropfen auf dem heißen Stein, sondern da ist schon mehr dahinter. Das sind dann wahrscheinlich Fälle, wo die Opfer durch diese Straftat, die ihnen passiert ist, durch diese Kriminalität, dann eben irgendein Schaden zum Beispiel entstanden ist, oder? Ja, zum Beispiel eine ältere Dame hat sich gerade ihr Geld von der Bank geholt und wird dann überfallen und das Geld ist weg. Und der Monat ist noch etwas länger. Dann haben wir eben die Möglichkeit, diese 300 Euro da auszuzahlen. Ganz häufig ist es auch so, dass eben gerade bei häuslicher Gewalt die betroffenen Frauen ohne einen Cent dann auf der Straße sitzen und nicht wissen, wie sie die nächste Mahlzeit finanzieren können. Da zahlen wir auch recht häufig eben halt diese Soforthilfe aus. Bis hierhin können wir frei entscheiden über die Mittel. Wir entscheiden frei darüber in der Außenstelle, ob und wann wir einen Beratungscheck oder diese Soforthilfe auszahlen. Wenn es dann weitere teurer wird, weitere finanzielle Hilfen geleistet werden müssen, dann ist die auch von uns in Mainz, in unserer Bundesgeschäftsstelle zu beantragen. Okay, also lässt sich zusammenfassen. Der Weiße Ring bietet sehr, sehr viel an und da kann man sich ja beim Weißen Ring dann wahrscheinlich direkt informieren, was alles angeboten wird. Vielleicht aber kommen wir mal zur generellen Frage. Warum braucht es denn den Weißen Ring? Also man könnte ja meinen, da ist jetzt eine Straftat passiert und da wird sich vielleicht nicht nur um den Täter gekümmert, sondern vielleicht auch um die Opfer. Warum braucht es den Weißen Ring? Weil in einem Strafverfahren leider der Täter die Hauptperson ist. Die Ermittlungen laufen gegen den Täter. Man sucht Beweisgründe, aber auch Entschuldigungsgründe. Die Opfer sind außen vor. Der Staat hat das Monopol der Strafverfolgung und Strafahndung und die Opfer nicht. Das zieht sich durch das ganze Verfahren, auch das Gerichtsverfahren. Im Gerichtsverfahren ist ein Opfer auch nur Zeugin, quasi Beweismittel Z, wie Zeugin, und hat keinen Einfluss auf dieses Verfahren. Es sei denn, man tritt als Nebenkläger auf und auch da können wir vom Weißen Ring entsprechend unterstützen. Und jetzt ist ja heute, wo der Podcast erscheint, der 22. März, der Tag der Kriminalitätsopfer. Ich nehme an, das wird auch damit zusammenhängen, um mehr Verständnis für die Opfer von Kriminalität zu schaffen. Vielleicht können Sie nochmal sagen, wofür steht dieser Tag? Warum hat der Weiße Ring diesen Tag, 1991 habe ich gelesen, ins Leben gerufen? Gut, 1991 war mir jetzt neu. Dankeschön. Aber es gibt ihn schon sehr lange. Und ich muss sagen, es ist eine gute Einrichtung. Es ist ein Tag, an dem man nochmal auf die Belange der Opfer, ausschließlich die Belange der Opfer, aufmerksam macht. Viele Organisationen sind eben halt so, dass sie sich um Täter und Opfer kümmern, einfach aus Ausgewogenheit. Wir sind nur opferbezogen unterwegs. Und wenn wir uns jetzt über Täter unterhalten würden oder uns auch die Belange der Täter den Belangen widmen würden, wir würden sowas wie, oder mir käme es so vor, dass ich Verrat an die Betroffenen von Straftaten üben würde. Und dieser Tag der Kriminalitätsopfer ist nochmal ein Bekräftigen, dass wir ausschließlich für die Opfer eintreten. Und die Opfer dafür, also Sie unterstützen die Opfer, Sie beraten, aber Sie setzen sich als Weißer Ring ja auch politisch für die Opfer ein. Wie machen Sie das? Das machen wir nicht im Landkreis Diepholz. Vielleicht kommt aus den Außenstellen mal so der kleine oder andere, der eine oder andere Hinweis, dass man da vielleicht etwas machen sollte, könnte, müsste. Und das ist die Bundesgeschäftsstelle des Weißen Ringes, die Vereinsführung, die dann versucht, auf der politischen Ebene etwas zu erreichen und die Opfer in ihren Rechten zu stärken. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass es seit, ich weiß gar nicht mal, aber seit einigen Jahren, etlichen Jahren, den Opferanwalt gibt, das heißt für schwere Straftaten wie Mord, Totschlag, versuchter Mord, Vergewaltigung und so weiter, dass es da einen Opferanwalt gibt, den der Staat bezahlt. Und das ist gesetzlich so geregelt? Ja. Okay. Und da hat der Weiße Ring dann mitgewirkt, dass das so kommt? Ja, dass das so installiert wird. Wir arbeiten da dran, dass es diesen Opferanwalt auch noch für andere Straftaten gibt. Aber auf der politischen Ebene tätig werden, das heißt dicke Bretter bohren. Ja, also langen Atem haben. Man muss einen sehr langen Atem haben, ja. Echt toll, dass sie nicht nur für die Opfer da sind, sondern auch dafür sorgen, dass mit den Opfern immer besser umgegangen wird und auch ihre Rechte gestärkt werden. Und dass die Politik da weiter mit in die Pflicht genommen werden soll. Das stimmt. Und kann sein Anliegen vorbringen und ich entscheide dann, wer am dichtesten an der betroffenen Person in der Nähe wohnt. Und diese Person, die wird dann Besuch von Mitarbeitern des Weißen Ringes bekommen. Wir leisten nämlich aufsuchende Hilfe. Wir haben kein Büro. Wir fahren zu den Leuten oder treffen uns an einem neutralen, ruhigen, geschützten Platz. Und dann wird in einem Gespräch dann eben halt rausgefunden, wo wir Hilfe leisten können. Aber das läuft immer über den Außenstellenleiter, also über mich. Es liegt auch daran, dass Mainz wahrscheinlich, unsere Bundesgeschäftsstelle wahrscheinlich nicht mit 2700 Mitarbeitern sprechen möchte. Und das würde ein bisschen die Kapazitäten auch in der Bundesgeschäftsstelle überfordern. Wo wir jetzt gerade bei den Ehrenamtlichen sind, wie ist denn die Nachwuchssituation beim Weißen Ring in der Außenstelle Diepholz? Überall wird vom Fachkräftemangel geredet. Das will ich nicht. Wir sind dabei, vier Personen auszubilden. Aber wir können natürlich noch mehr vertragen. Denn, wie gesagt, wir arbeiten ehrenamtlich. Und das heißt, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ihr Leben auch so noch weiterführt und diese zusätzliche ehrenamtliche Tätigkeit irgendwo einbinden muss. Das heißt, auch ein Rentner, der mitarbeitet, will ja auch mal Urlaub machen und steht dann nicht zur Verfügung. Und wir können also immer noch Menschen brauchen, die uns unterstützen und auch mitarbeiten. Und die Mitarbeit ist, man sollte nicht von vornherein sagen, oh, das kann ich nicht, dazu bin ich nicht geeignet. Und sicherlich gibt es Menschen, die es nicht können. Aber die meisten Menschen können so etwas machen. Man muss sich nur drauf einlassen. Und der Weiße Ring hat eine eigene Akademie, um seine Opferhelferinnen und Helfer auszubilden. Was gehört denn zu so einer Ausbildung dazu? Was wird da gelehrt? Also, als erstes, wenn ich mich für eine Mitarbeiter im Weißen Ring entscheide, dann muss ich drei Fälle hospitieren. Ich gehe also dann mit jemandem mit, der als Opferhelfer Erfahrung hat und man sucht mit ihm zusammen dann das Opfer auf. Dreimal macht man das, manchmal auch vier, fünfmal, je nachdem, wie es so passt. Und dann besucht man ein Grundseminar. Da ist man dann in einem Tagungshaus von Freitagnachmittags bis Sonntagsmittags. Man ist Gast des Weißen Ringes. Man braucht sich um Unterkunft und Verpflegung nicht bekümmern. Und wenn man diesen Seminar besucht hat, fertig hat, dann wird man auch auf die Opfer alleine losgelassen. Wobei wir hier im Landkreis Diepholz immer zu zweit zu den Betroffenen geht. Also man geht dann zu den Opfern. Innerhalb der nächsten zwei Jahre muss man, das ist zwingend vorgeschrieben, ein Aufbau-Seminar besuchen. Wenn das abgeschlossen ist, also auch über das Wochenende wieder, wenn das abgeschlossen ist, dann kann man alle Seminare des Weißen Ringes besuchen, die für diese Funktion dann angeboten werden. Und das sind richtig tolle Seminare. Wir haben eine Akademie. Und diejenigen, die da die Seminarleitungen haben, kommen aus dem Weißen Ring, arbeiten für den Weißen Ring, sind aber auch spezielle Personen, zum Beispiel Rechtsanwälte, die sich in bestimmten Fachgebieten auskennen, im Sozialrecht oder im Strafrecht. Es gibt Seminare, da treten Schauspieler auf. Das ist dann ein Seminar mit fast ausschließlich Rollenspielen. Und diese Schauspieler, die sind genial. Also man hat wirklich dann das Opfer vor sich sitzen. Man sieht es tatsächlich dann vor dem Auge. Und das sind ganz tolle Seminare, die einem auch privat, denke ich mal, sehr viel bringen. Die Arbeit beim Weißen Ring macht einen wahrscheinlich auch generell sensibler, würden Sie das sagen? Ja, man geht im Alltagsleben etwas anders mit seinen Mitmenschen um. Etwas, was ich früher selten gemacht habe in Diskussionen über politischen Diskussionen, die dann auch in die rechte Ecke abdriften, habe ich früher meine Klappe gehalten, bin rausgegangen. Jetzt traue ich mich doch schon mal, ein Widerwort zu geben, was nicht immer gut ankommt, aber das ist mir dann auch sehr egal. Oder wenn jemand einen anderen in unangemessener Weise angeht, indem er den anschreit oder so, dann schreite ich schon ein, weil ich weiß, wie sich so eine Situation entwickeln kann. Und jetzt haben wir ja über die Ausbildung gesprochen. Sie haben ja auch gesagt, dass die Opferhelferinnen und Helfer in der Ausbildung erst mal drei Fälle begleiten. Kommt es dann auch mal vor, dass ein Opferhelfer da sagt, dass die Fälle waren jetzt so hart, da kann ich jetzt nicht weitermachen mit der Ausbildung? Leider ja. Ja, wer gleich zu Anfang drei Fälle mit schwerstem sexuellen Kindesmissbrauch erlebt, der muss schon starke Nerven haben. Aber da versuche ich dann natürlich auch schon, das so ein bisschen zu lenken, wenn es möglich ist. Was muss ich denn generell, wenn ich mich jetzt für dieses Ehrenamt interessiere, was muss ich denn mitbringen für Eigenschaften? Im besten Fall. Eigenschaften. Als erstes müssen sie Mitglied im Weißen Ring werden. Okay. Das hat seine Gründe darin, dass man Mitglieder verpflichten kann, auch entsprechend die Schweigepflichtentbindung zu unterschreiben und diese Dinge. Also Mitgliedschaft ist grundsätzlich vonnöten. Dann sollte man etwas empathisch sein und offen sein für Dinge, die vielleicht etwas neben der Spur sind. Denn ein Opfer, das, sagen wir mal, als Kind missbraucht worden ist und jetzt 50 Jahre alt ist, diese Menschen sind oft schwierig im Umgang. Und da muss man so ein bisschen empathisch sein. Man muss sich einfühlen können und Mitleid haben, aber nicht mitleiden. Man muss, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, man muss also im Grunde genommen Mensch sein, um mit dem anderen Menschen zu reden. Man muss seinen ganz normalen Verstand mit reinbringen. Dann ist man schon ein ganzes Stück weiter. Muss man sich da auch so ein bisschen abschotten können von dem, was einem erzählt wird, damit man eben noch weiterhelfen kann oder funktioniert das gar nicht? Doch, das funktioniert. Also das lernt man mit der Zeit, dass man sagt, so, hier ist meine Grenze und da mache ich jetzt einen Stopp. Ja, weil ich kann mir vorstellen, dass diese Arbeit oft ja auch sehr belastend ist, gerade wenn Sie Menschen zu Gerichten begleiten, wo dann ja alles nochmal natürlich aufgearbeitet wird. Das ist, also da muss man dann schon, das lernt man aber dann wahrscheinlich mit der Zeit, oder? Die Erfahrung, die man jetzt am Anfang als neuer Opferhelfer nicht mitbringen kann, die kriegt man dann irgendwann und dann wird es besser, wird es einfacher? Es wird nicht unbedingt einfacher, aber man kann besser damit umgehen. Ich muss als Opferhelfer sicherlich auf die Opfer eingehen, aber ich muss meine Distanz halten. Wir vermeiden es grundsätzlich, dass wir die Opfer duzen. Also kein enges, intimes Verhältnis herstellen, sondern doch eine gewisse Distanz behalten. Wenn die Sache abgeschlossen ist und das Opfer wohnt im gleichen Ort oder so, man trifft sich dann später, kein Thema, dann ist man der ganz normale Bürger. Aber solange wir dienstlich, sage ich mal, miteinander zu tun haben, eine gewisse Distanz bewahren, ist manchmal schwer. Manchmal steht man einem Opfer gegenüber, das man am liebsten in den Arm nehmen würde und adoptieren würde. Aber das geht nicht. Das kann man später machen. Ja, ich denke, das ist bei so einer Arbeit auch total wichtig, die eigene Distanz zu bewahren, weil wenn man sich da jedem Schicksal derartig emotional annehmen würde, das kann einen dann doch ziemlich belasten. Ja, das denke ich auch. Und ich denke, das ist eben wie bei jedem Ehrenamt oder bei jedem Beruf, wo du mit so schweren Schicksalen irgendwie konfrontiert wirst. Du musst da Distanz wahren, aber das lernst du ja auch mit der Zeit. Ja, und nun zurück zum Weißen Ring. Ja, wir haben jetzt über die Arbeit und die Ausbildung gesprochen. Mich hat aber auch die Frage interessiert, ob Opfer von der Polizei und von anderen Behörden überhaupt ernst genommen werden, gerade weil unsere Justiz ja sehr auf den Täter oder die Täterin zugeschnitten ist. Kommt es Ihnen so vor, dass die Opfer aber auch ernst genommen werden, wenn sie denn zu Wort kommen? Wenn sie zu Wort kommen, ja. Die Richter sind mittlerweile so, dass sie doch sehr empathisch mit den Opfern umgehen. Die Opfer sind ja nur Zeugen, aber sie nehmen es die Leute ernst. Bis zu einem gewissen Punkt. Denn es ist immerhin die Justiz. Und in der Justiz geht es grundsätzlich sehr nach Paragraphen geordnet vor sich. Und da passieren manchmal Dinge, wo man hinterher die Hände über den Kopf zusammenschlägt und denkt, das kann nicht sein. Da möchte ich mich allerdings jetzt mit Blick auf irgendwelchen Verfahren nicht groß äußern wollen. Sprechen wir vielleicht nochmal über die aktuelle Lage in der Außenstelle Diepholz. Wie viele aktive Fälle bearbeiten Sie denn gerade? Wir haben in diesem Jahr, gut, da sind auch ein paar IHS-Fälle mit dabei, haben wir schon 21 neu dazugekommene Fälle. Alleine jetzt im Jahr 2024? Das ist schon viel, oder? Mitte März, ja. Und im letzten Jahr, wir hatten ja ein Vorgespräch, im letzten Jahr waren es 120 Fälle, hatten Sie, glaube ich, gesagt. Ungefähr 120 Fälle. Wir haben das erste Mal die 100-Fälle-Marke gerissen. Rekord im Landkreis. Gut, ich denke, dass wir immer mehr Fälle bekommen, die wir zu betreuen haben, liegt nicht daran, dass es unbedingt mehr Straftaten gibt, sondern es liegt daran, dass wir bekannter geworden sind. Polizei, Behörden, Waisen auf uns hin, auch dieser Podcast trägt sicherlich dazu bei, den Weißen Ring bekannter zu machen. Und wenn man bekannt ist und der Name Weißer Ring immer wieder in der Öffentlichkeit auftaucht, erinnert sich im Fall der Fälle vielleicht der eine oder die andere daran, halt, es gibt den Weißen Ring, er könnte mir vielleicht auch helfen. Und selbst wenn der Weiße Ring nicht helfen kann, dann kann er wahrscheinlich auch vermitteln an andere Stellen, die es dann eben können. Ja, man kennt den einen oder den anderen, auch die eine oder andere Institution, die dann da weiterhelfen könnte. Und wir vermitteln dann auch dahin oder regen an, dass sich die Leute dort melden. Wir wollen sie ja nicht bevormunden und behaupten oder sagen, du gehst da jetzt hin und dann lässt du dir helfen und alles ist gut. Wunschdenken, aber wir empfehlen eben halt nur. Wir sind Lotsen und geben einen möglichen Kurs vor. Und jetzt diese 120 Fälle letztes Jahr, reichen die Ehrenamtlichen dafür aus? Kommt man da ganz gut hinterher oder ist man eigentlich 24-7 damit beschäftigt? Es ist knapp. Weil die Fälle sich wahrscheinlich auch lange ziehen, oder? Gerade wenn man jetzt von Gerichtsterminen irgendwie redet. Schwierig. Bei schweren Straftaten kann es sein, dass sich die Fälle ziehen. Es kann sein, dass man zu Anfang eines Mordprozesses oder einer schweren Körperverletzung oder Vergewaltigung, dass man da einiges zu tun hat. Dann kommt eine lange Pause, dann kommt das Gerichtsverfahren und dann geht es wieder los. Es sind Fälle, die einen dann manchmal ein, zwei Jahre begleiten. Was ja auch wahrscheinlich für die Opfer nochmal eine zusätzliche Belastung ist, dass es so lange dauert, oder? Wenn Sie jetzt gerade am Anfang vielleicht Ihre Aussage bei der Polizei gemacht haben und dann später wird das alles nochmal. Das ist ja dann wahrscheinlich auch eine große Schwierigkeit für Sie und für die Opfer, oder? Ja, das ist schwierig für uns, aber noch schwieriger für die Opfer. Denn die Opfer durchleben das alles dann nochmal und müssen sich an Dinge erinnern, an die sie sich nicht erinnern möchten. Aber die wichtig sind, denn bei einer Gerichtsverhandlung wird nur das nachher bei der Urteilsfindung berücksichtigt, was auch vor dem Gericht vom Richter angesprochen wurde. Deswegen muss man alles wiederholen und wir bereiten dann auch die Betroffenen auf, so eine Gerichtsverhandlung vor, indem wir erklären, wer wo sitzt. Zum Beispiel, dass der Angeklagte immer den Fenstern gegenüber sitzt, nicht direkt am Fenster, sondern da, wo der Staatsanwalt sitzt und so weiter. Und was man machen kann, wenn die Zeugenaussage ist, wenn wir dann mit in den Gerichtssaal gehen, dass wir dann daneben sitzen, nicht eingreifen dürfen, jedenfalls normalerweise nicht. Aber dass wir als moralische Unterstützung eben halt dabei sind. Und wir reden ja über die Unterstützung für die Opfer. Aber wie ist das bei den Opferhelferinnen und Helfern? Also wir haben ja jetzt darüber gesprochen, es ist ja auch eine hohe Belastung. Wie achten Sie denn beim Weißen Ring auf Ihre eigenen Mitarbeitenden? Wir reden. Wir reden miteinander. Wir treffen uns einmal im Monat. Wer Zeit hat und die meisten sollten eben halt auch Zeit haben, dass wir uns dann zusammensetzen, auch über Fälle sprechen, sie gemeinsam diskutieren. Zum Teil, um vielleicht noch etwas herauszufinden, was man noch machen könnte für das Opfer. Zum großen Teil aber auch, wie kommen die Mitarbeiter damit zurecht? Und das ist dann so eine Art, ja, gemeinsame Supervision ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber man spricht da drüber. Und über alles, worüber man spricht, damit kann man hinterher vielleicht etwas besser umgehen. Ansonsten arbeiten wir in Zweiergruppen. Wir gehen als Team, möglichst männlich, weiblich. Und auch da besteht die Möglichkeit, dann unmittelbar nach den Erstgesprächen und den weiteren Gesprächen sich untereinander zu unterhalten und so ein bisschen Druck abzubauen. Ansonsten, wenn man wirklich mit irgendwelchen Sachen nicht fertig wird, der Weiße Ring bietet für seine Mitarbeiter auch Supervisionen an, die ganz problemlos in Anspruch genommen werden können. Sie sind ja beim Weißen Ring jetzt schon seit über 20 Jahren, also eine sehr, sehr lange Zeit. Vielleicht nochmal, was treibt Sie persönlich an, dieses Ehrenamt weiter auszuüben? Das treibt mich an. Zum einen die Arbeit an sich. Wir sehen die Erfolge ja auch unmittelbar. Wir bemerken, den Menschen geht es besser. Es geht ihnen anders. Manchmal nicht unbedingt besser, aber man kann sie dahingehend beraten, dass sie Hilfen annehmen und das ist schon mal eine gute Sache. Zum anderen persönliche Gründe, wir, meine Frau und ich, sind auch Opfer einer Straftat geworden, einer schweren Straftat. Nicht unmittelbar, sondern mittelbar. Unser Sohn wurde getötet und das ganze Verfahren, das sich dann daran angeschlossen hat, an dieses Tötungsdelikt, das war sehr belastend und hat uns im Grunde genommen etwas zornig gemacht, weil wir da an uns selber erleben mussten, wie man mit Opfern einer schweren Straftat umgeht. Nämlich, das wurde zu der Zeit damals vor 22 Jahren, nee, 25 Jahre ist es schon her, wurde man wirklich nur noch als Verfahrensmittel, als Zeuge, Beweismittel gesehen und das zu ändern, haben wir uns dann eben halt vorgenommen. Okay, und jetzt mal in die Zukunft geblickt. Was würden Sie sich denn zukünftig für die Opfer von Straftaten wünschen? Was muss noch gemacht werden, damit es für die vielleicht ein bisschen einfacher wird, ein bisschen besser oder besser mit ihnen umgegangen wird? Da muss einiges passieren. Da muss einiges passieren. Die politische Seite, die muss da einiges machen. Das geht bei der Opferentschädigung los. Da müssen die Verfahren vereinfacht werden. Durch das SGB XIV, das seit dem 01.01. diesen Jahres in Kraft ist, sind die Sätze sicherlich jetzt entsprechend angepasst worden, die Entschädigungssätze auch für Renten und so. Und man hat einige gute Dinge dort hineingebracht. Aber ich habe noch keinerlei Erfahrung mit der Umsetzung. Habe da meine Bedenken, dass es gut wird. Im Gerichtsverfahren sollten die Opfer auch mehr geschützt werden. Auf jeden Fall. Die Gerichte sind da bemüht. Bemüht heißt, es dauert wahrscheinlich seine Zeit. Also man muss dranbleiben. Es gibt immer Dinge, die uns auffallen, wo man noch nachbessern kann. Aber dazu braucht man die Politik. Und da müssen wirklich mehr politische Kräfte einwirken, um bestimmte Dinge zugunsten der Opfer zu ändern. Der Weiße Ring alleine wird es nicht schaffen. Deswegen, als ich angefangen bin beim Weißen Ring oder meine Frau und ich, da hatten wir 70.000 Mitglieder. Fand ich damals schon ganz, ganz schön groß. Aber ich dachte noch nicht groß genug. Jetzt sind wir bei 48.000. 48.000, okay. Also meine Schuld ist es nicht, dass die Mitglieder so zurückgegangen sind. Und der Beutrag kann es auch nicht sein. Denn pro Person, pro Monat ist der Mindestsatz 2,50 Euro, also eine Tasse Kaffee. Okay, also sind die Mitgliedsbeiträge jetzt nicht immens hoch? Nein. Und wenn man etwas bewegen will auf der politischen Bühne, dann muss man mit Mitgliederzahlen arbeiten. Man muss als wahlrelevante Gruppe gelten. Dann ist der eine oder andere Politiker sicherlich geneigt, auch mal etwas für die Opfer zu tun. Okay, das heißt, der Weiße Ring bleibt auf jeden Fall dran und wird sich weiterhin einsetzen? Auf jeden Fall, ja. Ja, und nochmal zum Abschluss gesagt. Der Weiße Ring finanziert sich ausschließlich durch seine Mitgliedsbeiträge, durch Bußgelder, durch testamentarische Verfügungen und über Spenden. Genau. Und wenn ihr auch für den Weißen Ring spenden wollt, dann findet ihr alle Infos dazu auf der Website des Vereins, die wir euch natürlich nochmal in die Shownotes packen. Und in den Shownotes findet ihr auch nochmal die Telefonnummer, unter der der Weiße Ring in Diepholz erreichbar ist. Damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst doch gerne eine nette Bewertung bei Spotify und Co. da. Und abonniert uns auch gerne auf Instagram und Facebook unter dem Namen mk-podcast. Und ja, vergesst nicht, Elona, das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Bis nächste Woche. Schönes Wochenende.